Oh, mein Kumpel. Muss ich meinen Fahrschein geben. Hier, nimm. Äh, ne Junge. Ah, cool. Ja, danke. Ich geh schnell zum Busfahrer. Hallo, Herr Busfahrer, hier. Echt jetzt? Das ist mein Fahrschein. Geht nicht. Stopp. Ja, auch das gibt es. Angenommen, der Busfahrer steht jetzt in der Haltestelle. Ihr wisst, euer bester Kumpel steigt ein. Dann geht man ganz schnell zur hintersten Tür, in der Hoffnung, dass er jetzt die Tür aufmacht. Dann macht er Busfahrer die Tür auf und ihr gebt praktisch dem Kumpel den Fahrschein. Der Kumpel kommt nach vorne und zahlt ganz gemütlich den Fahrschein. Dann ist das nicht in Ordnung, weil ihr zum Beispiel jetzt natürlich dann schwarz fahrt. Derjenige, der den Ticket abgegeben hat, fährt natürlich jetzt schwarz. Und der Freund freut sich jetzt, hat ein Ticket von euch und fährt natürlich dementsprechend gültig. Ihr zahlt die 60 Euro. Freund hat ja einen Fahrschein, braucht keine 60 Euro bezahlen. Mann, Kevin, hätte ja klappen können, ey. Ja, klappt nicht. Jeh. Ich bin mal ehlig, bis die Tür aufkirnen. Ja, super, ich bin mal ehlig. Und ja, viel, ich bin mal ehlig. Bis zum Mal.